Hallo zusammen, wie versprochen wollte ich Ihnen diese Woche über eine konkrete Maßnahme aus dem Gemeinderat in Leonberg berichten. Es geht hier um die Sanierung unseres Leobards mit einem Volumen von ungefähr 15 Millionen Euro. Leider wurde die Entscheidung vertagt, denn die Architekten, die das Leobard ursprünglich geplant haben, haben Bedenken bzw. Einspruch eingelegt, denn sie sehen ihre Urheberrechte verletzt. Da diese Information leider zu spät vor den entsprechenden Ausschusssitzungen oder auch zum Gemeinderat zu uns kam, konnte keine Entscheidung gefehlt werden und diese wurde vertagt. Nun wird mit den Architekten Kontakt aufgenommen, um Rechtssicherheit zu erlangen, wie denn eine Sanierung ganz konkret umgesetzt werden kann. Erst nachdem diese Gespräche geführt sind, wird diese Drucksache erneut dem Gemeinderat vorgelegt und dann kann entschieden werden. Darüber informiere ich Sie gerne bei einem einer nächsten Folgen auf meinem Kanal. Ich freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Verbleibe, Ihr Oliver Zander